Gegen Pause, erzählt mir Sophia, kämpft sie sich zurück in ihr Leben. Familie und Sport geben ihr Halt und Kraft. Wir sind in Sophias Lieblingsgym mit Sportfreund Milan verabredet zum Bankdrücken. Milan gegen uns. Machen wir einen kleinen Set-Kampf, oder? Na klar! Milan startet mit 50 Kilo. Also 25 Kilo? Ich möchte betonen, ich habe das noch nie vorher in meinem Leben gemacht. Weiter geht's mit 30 Kilo. So sehe ich aus unverletzt, ja? Dass ich mal solche Geräusche von mir gebe. Weiter, weiter. Ja, das war doch schon mal sehr gut. Die wollen mal eins drauflegen. Gentleman Milan gibt sich geschlagen. Gewonnen. Ja, und jetzt ist es Zeit für ein Gespräch über die Liebe. Deine Welt ist natürlich der Sport. Jetzt hast du...